Kann ich hier was entzaubern? Offenbar nicht. Bis auf eins, das trage ich noch. Ah, sehr schön. Amulett von Mara nehmen wir auch mit. Ah, nee, brauchen wir nicht gucken. Wow. Ah. Ich versuche ihn zu besiegen, im Gegensatz zu dir. Okay, das geht natürlich auch. Du musst wieder den Klugscheißer spielen. Was macht ihr denn da? So. Himmelsrand für Entdecker. Am Anfang immer lesen. Ganz wichtig. Habe ich so viele Pfeile verschossen? Ich kriege das immer gar nicht mit. Nein. Aus. Ja. Tschüss. Ja, das müsste der erste Auftrag sein. Jetzt gehen wir dann zum zweiten. Der zweite. Wollen wir mal sehen. Ja, wo war der denn? Hier waren wir ja schon. Müsste es hier doch, glaube ich, so einen Durchgang geben, ne? Oh. Was war das? Nicht gut. Hat getroffen. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen? Ups. Legende des Roten Adlers hier? Ja. Na gut, gehen wir wieder. Atom geht's auch noch lang. Ah, perfekt. Perfekt. So, als nächstes. Den Riss, ne, den Riss nicht. Ähm. Weiter südlich müsste noch irgendwas sein. Okay. Ähm. Ach so. Müssen die sind Kurier finden. Genau. Ist aber weiter im Süden irgendwo. Frag mich nicht wo. Aber weiter im Süden irgendwo. Ich glaube, viel weiter im Süden. Mal gucken. Muss ich da hinreisen? Ja, komm. Ist vielleicht besser. Ähm. Ja. Den Kurier finden. Der Kurier, der... Was hat er denn gemacht? Entier. Und den Auftrag von... Hast du nicht gesehen? Arniel? War das Arniel? Arniel und seine Experimente. Mal sehen. Müssen wir nach Südosten oder so? Müssen wir da? Da hin? Warte, Karte? Ja, nach Osten. Habe ich doch gesagt. Yo. Yo. Au. Mhm. Das ist eine Höhle. Tor. Toll. Walz. Höhle. Oh, muss ich hier sogar rein? Okay. In Tollwalz-Höhle. Man entdeckt doch immer wieder neue Höhlen. Irgendwann denkst du, joa, das Gebiet kenne ich auswendig. Hier ist bestimmt nichts Neues. Und dann, zack. Hast du wieder was Neues. Oh. Warum auch immer, Lydia. Warum auch immer. Wer war denn hier? Erstmal ist hier eine Kiste. Hm. Ja, den Edelsteinbaum gar nicht. Seh. Ist da ein Dietrich? Ja. Hab ich das auch gehört? Nun, in dem Falle. Ups. Ach, Lydia, du bist doch eine Pfeife. Ah, ein schönes Zäpfchen bekommen. Ja. Muss er. Lydia ist voll reingerannt. Da müsste man auch nochmal intelligente NPC machen. Oh. Und Banditen. Ich müsste doch bald mal unbedingt die dunkle Bruderschaft-Quests beginnen. Ich müsste ja ein Windhelm was machen. Wahrscheinlich werde ich Windhelm doch einfach mal anfangen, wenn ich wieder dazu komme. Go, go. Warum ist es Tollwaldshöhle? Ich hab Tollwald nicht gesehen. Oder bist du das hier? Tollwald bist du's? Huch. Verzeihung. Immer erst hinter dich schauen. Immer erst hinter dich schauen. Ganz wichtig. Das Licht ging ein bisschen spät an. Was ist denn das? Eine Twemer-Festung? Hier? Hier? Ich hab das jetzt nur mitgenommen, weil es Gold der jetzt war. Tja, Lydia hätte ich den jetzt übersehen können. Die dreckigen... Warum kann ich Blut... Warum kann ich Dings trinken? Habe ich irgendeinen Effekt drauf oder was? Weiß ich gar nicht. Ach, das war Senderians Glück. Habt ihr gelesen. Okay. Was ich letztes Mal nicht fand. Ich hab die Chance, zwei Tränke herzustellen. So. Ich hab welchen Weg, nehm ich denn jetzt? Okay. Der liegt ja besonders gut da. Kannst du mal die Beine zumachen? Mein Gott. Den Kurier haben sie aber schön. Was ist das denn? Absorbiert zehn Punkte Magica. Zehn Gesundheits... Ui. Was ist das? Sag mir nicht, dass ich diesen Gegenstand abgeben muss. Bringe das Paket zu Arniel. Warum? Warte, niesen. Ui. Da hab ich versehenlich nur auf die Mammeldaste gedrückt. Upsa. Ne, hier war ich noch nie. Das kenn ich gar nicht, das Ding. Weißt du, das Spiel hab ich seit dem Anfang. Ich hab jetzt gar kein Jahr im Kopf. 2011? Ähm. Seit das Spiel draußen ist, kenn ich das... Kenn ich es auch. Habe etliche Gegenden gesehen, gespielt. Aber... Alles gefunden hab ich nie. Ah, das geht doch ganz gut. Lebt da noch einer? Bitte jetzt melden. Na, komm schon. Komm schon. Daneben nicht. Hast du noch ein paar Sekunden mehr? Oder ich wird gleich erschreckt. Wieso hat der Elfenpfeile? Na gut, er ist ein halber Elf, aber trotzdem. Also. Und sagen die, er ist kein Hoch- oder Waldelf. Er ist ein anderer Elf. Vielleicht auch zwölf. Ach guck mal, die haben sich lieb. So. Was? Fleisch-Torte? Die hab ich aus Prinzip mitgenommen, weil ich die noch nicht kenn. Hm, er war grad bei der zahnärztlichen Untersuchung. Und warum haben die alle... Na, ich frag nicht. Hm? Ich nehm schon wieder viel zu viel mit, ne? Egal. Lass mich. Ähm. Wie geht's noch irgendwo weiter? Jetzt war ich mich so oft gedreht. Gut. Hm. Schön. Ah, diesen Gegenstand will ich am liebsten behalten. Ist der dwemerisch oder ist der... tatsächlich dädrisch? Ne, äh, nicht dädrisch. Doch, dädrisch. Hm. Hm. Das wär ja jetzt noch so ne Sache. Weil wenn es dädrisch ist, dann will ich ihn auf jeden Fall behalten. Wenn es dwemerisch oder zwergenart ist, dann... Och, Lydia. Das ist auch ne Wurst. Du latschst mir immer in die Füße, Lydia. Wir haben noch mehr Ägger. Und warum fragt er mich jetzt immer? Oh, Lydia, du bist so ne Bockwurst. Geh einfach mal weg. Ja, also geht doch. Hm. Ja, nehmen wir alles mit. Schön. Toll, weil es kluft. Bin ich hier eigentlich richtig? Oder hätte ich besser nicht reingehen sollen? Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um ca. 20 Minuten. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Au. Na, heute schon einen Pfeil im Arsch gehabt. So. Oh. Ich lasse mich doch nicht ermorden. Da kommt eine Ratte. Lydia, das ist was für dich. Machst du das, ne? Lydia? Ja, mach's. Gut. Hm. Da. Ich hab hier eine sehr gute Position. Ich werd hier mal schön bleiben. Jeder weitere Schritt könnte schlecht für mich sein. Ich hab hier nämlich eins, zwei, drei, vier Gänge im Blick. Normalerweise soll meine Schleichfertigkeit ja bewirken, dass wenn ich mich erneut ducke, also erneut verstecke, können sie mich nicht mehr ausfindig machen. Aber irgendwie richtig klappen tut das auch nicht. Na gut, lassen wir das. Gehen wir halt weiter. Ich denke, wir wären uns schon einig. Hallo? Oh, die kenn ich gar nicht. Nett. Den hab ich gut gespickt. Hier war ich noch nie. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Menschliches Herz. Oh, lecker. Dieser ist ein Kajit. Spezialisiert sich aber trotzdem nicht auf Erzen. Irgendwelche Art. Shit. Ich hänge fest. Ach, Lydia, du bist. Ja. Was schleicht sich auch so rum? Hm. Schon angepiekt. So. Ups, Lydia. Mensch, pass doch mal auf. Das war dafür, dass du mir die Monster klaust. Die Erfahrungspunkte. Und so. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Weißt du Bescheid? Was ist denn das? Brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Da hopp, la hopp, la hopp, la hopp, la hopp. Na, da geht's weiter. Da geht's weiter. Gifte. Gifte. Nee, da geht's weiter. Nee, da kommen die an. Hallo. 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 Ich bin noch nicht doof und geht er jetzt rüber. Ich glaube, Lydia hat das auch gut zu tun. Mist. Das ist schön runtergerutscht. Wo ist der andere? Wo ist der Kauros? Wo ist der Kauros? Okay. Wenn ich will, der hat schon... Ich muss hier langsam mal wieder rauskommen. Ich wollte gar nicht so viel machen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass hier eine Fall mal steht. Doch, das konnte ich. Gute Nacht. Wenn sie mich einmal gewittert haben, scheinen die auch nicht mehr... Ups. Scheinen die auch nicht mehr loszulassen. Wer sollte mich denn auch sehen? Ach, hier bin ich jetzt. Ach Gott.